Bayerische Einzelmeisterschaften 2020, Viertelfinale, Damen-Doppel. Mit der Paarung, die hier als Topfabrik gehandelt wird, die 51 Franziska Schreiner auch in der Einzelsetzung auf 1 und Laura Tiefenbrunner mit der 52, Rückschlag Miss Kolbermoor, alias die Mama von Maiki Hollow, also dem bayerischen Einzelmeister 2019, Nicole Warnhollo, sie schlägt auf. Damit ist der erste Satz gelaufen, nicht ganz unerwartet, ich sag das schon, für die Favoritinnen. Kurzer Klick aus der Farbe auf ein weiteres Drittenfinale. Franziska Schreiner gestern etwas überraschend frühzeitig im Mixt. Ausgeschrieben ist sie mit ihrem Papa angetreten, da waren sie auf Nummer 1 gesetzt, verloren aber gegen Lokal Matador und BTW-Trainer Manuel Hoffmann mit Partnerin. Musik Musik Applaus 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 Vielen Dank. 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 Applaus und